so weiter geht es beim metro okay wir haben in der letzten folge die oberfläche betreten jetzt wechsle ich kurz mal eine gasmaske alles klar ich lege noch ein bisschen munition rum die schnappen wir uns mit ich habe uns ein neues zielvisier in der letzten folge gekauft hat zwar sehr viel gekostet aber das war es mir wert was geht denn jetzt hier bewegung einer nach dem anderen es ist alles mit eis bedeckt passt also auf ich habe das gefühl die sind hier irgendwo wenn ich sie von der luftschleuse holle muss trete ich ihnen in den arsch klar klar ich meine ich habe sie nicht vergessen herr offizier hm soll ich den headshots oh ich glaube die kommen gleich runter habe ich jemanden erwischt okay schaffen wir schon das jetzt die faschisten oder was Na mit Darker kann man auf jeden Fall jetzt viel besser ziehen, das finde ich gut, statt dass man die Aufsätze nicht ändern kann, so die sind hin, yeah Mistkerl, da ist er, wo hin mit dir, da hinten ist er, wo ist noch einer, ach da, stirb, so, okay, ja ich muss sagen die AK ist jetzt richtig cool, ich kann jetzt viel besser Leute damit töten, auch viel weiter weg sind, das ist jetzt so eine Art Sniper AK, also von da an passt das, Munition kriegen wir mittlerweile auch genug, so hier drüben habe ich noch irgendjemanden umgebracht, oder, doch hier, ich vergesse hier niemanden, Munition ist einfach sehr wichtig in diesem Spiel, ähm, wie sieht's denn aus mit meiner, äh, ja, ich sollte mal vielleicht noch einen Filter eben reintun, dann atmet er wieder leichter, zumindest sollte er das eigentlich, ähm, ja, ich muss natürlich jetzt auch gucken, wo ich hin, ich muss, ich muss jetzt auf jeden Fall hier oben hin, hier ist keiner, äh, wie's aussieht, ähm, hier drüben habe ich noch jemanden umgebracht, genau, ich hab mir mal eben seine Munition und so, warum denn eigentlich auch nicht, ne, okay, es geht weiter, ähm, ja, wir müssen uns einfach hier durchkämpfen, das ist, äh, schon irgendwie, der ist tot, wo und, okay, der ist hin, die haben noch ein bisschen Munition dabei, äh, die nehme ich auf jeden Fall mit, ähm, ja, was habe ich jetzt eigentlich für eine Pumpe, ach, immer noch die, okay, die ist ganz gut, ähm, ja, wie sieht's denn aus, kann ich, ich muss eigentlich da weiter, ich guck mal eben hier, vielleicht liegt hier noch was, jawohl, Munition ist immer sehr gut zu gebrauchen, und das war's, gehen wir weiter, oh, yeah, also mit den, oh, 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 mit den Gasmasken sollte das auf jeden Fall noch passen, und irgendwo hat mich da jemand angeschossen, bisher bewegt sich nichts, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin, oh, oh, der wurde mitgenommen, ist natürlich ziemlich uncool für ihn, aber, ähm, mir ist es relativ egal, oh, die sind auf jeden Fall dran, jetzt lade ich eben kurz nach, hu, wow, w oh, wo, w oh, w oh, Warum schießt ich überhaupt mit der teuren Munition? Aber ich weiß nicht, warum man die immer wechselt, das ist irgendwie voll doof. Weil in Gefahr der Situation merke ich das noch nicht mal, weil ich einfach schießen will. Naja, wie auch immer, jetzt hole ich mir eben kurz deren Muni und so. Genau. Die haben hoffentlich viel dabei. Da hinten lag noch einer. Naja, so viel ist das jetzt auch nicht, aber ist schon mal ein Anfang. Wir müssen da lang, gucke ich mal kurz hier nochmal, ob hier was liegt. Aber ich glaube eher nicht, oder doch, da hinten liegt noch Munition. Es empfiehlt sich auf jeden Fall immer an diesem Spiel etwas zu gucken, liegt da Munition, liegt hier Munition. Auf jeden Fall, man kann sehr viel sammeln und man wird die Munition auch sicher gebrauchen. Oh oh. Oh man. Holy moly. So, hier liegt hier noch was. Der geht nicht auf. Hier ist alles. Hier liegt nichts mehr. Mit den Filtern sieht das jetzt ganz mau aus. 23 Filter. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, wie lang diese Stelle hier ist. Ich hoffe mal, dass das reichen wird, denn ansonsten habe ich ein dickes Problem. Aber naja. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall hier hoch. Oh. Ja. Dämmig ist kein Krieg voraus. Gehen wir erstmal hier rein. Autsch. Das war glaube ich nicht so gut. Äh. Ich dachte, ich könnte über diese Falle rüberspringen, aber naja. Naja, erstmal ein Schluck Pepsi und dann ist alles wieder vergessen. Wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Hä? Achso. Ja, ja. Habe ich die jetzt alle ausgenommen? Die müssen jetzt eigentlich alle leer sein. Oh, warte, da lag noch irgendwo Muni. Muni, Muni, Muni. Muni, Muni. Äh, hier? Nein, das? Irgendwo lag hier noch? Ach doch, okay, ich hab's. Sehr schön. Ähm, dann gehen wir weiter. Ach, hier kann man ja auch hoch. Achso, ne. Die Treppe ist kaputt. Leg noch eine Spitze. Ja, die Treppe ist leider im Arsch, deshalb kann ich da gar nicht hoch. Also. Baa. Oh, Mann. Schon wieder. Ah, nein. Verdammt. Ich kann da nicht rüberspringen. Was ist denn Scheiß? Ja, ich muss mir irgendwie jetzt Gas geben. Ich weiß gar nicht, wohin ich dann soll, ey. Ah. Na egal, ich loote die jetzt eben noch einmal aus. Und dann... geht's auch schon weiter. Da ich ja... da hoch muss. Hier, du Mistvieh. Okay, er ist weg. Jetzt muss ich irgendwie hier längs. Okay. Das und coole ist, ich bin jetzt ziemlich ungeschützt, weil hier kein Dach ist. Jetzt muss ich schon wieder hier... Jetzt bin ich irgendwie doch falsch abgebogen. Verdammt. Verdammt. Ich nehme mal kurz einen Filter. Mann, er will gar nicht, oder? Doch, er will. Nimm dir einen Filter. Ich hasse es, wenn er so schon am Schnaufen ist, dann kann ich mich nämlich auch absolut nicht konzentrieren. So, jetzt müssen wir da hoch. Da hoch geht aber nicht. Da hoch geht aber nicht. Da ist er los. Autsch! Au, au, au. Dämlich ist kack viel. Okay, hier... Bin ich, denke ich mal, sicher. Das Erste. Schon wieder tot. Aber das gibt's doch nicht! Mann! Wo geht's denn da weiter? Yo! Ich hab ne Idee, was ich jetzt mache. Genau. Ich würd die Fallen versuchen, so zu aktivieren. Ich kann mich einfach auch was reinwerfen. Was denn jetzt passiert? Hä? Was hat mich denn jetzt getötet? Ey. So ne Kackstelle, das ist unglaublich. Ähm. So. Okay. Gelootet. Und ich würd sagen, weiter geht's. Das ist mein Headset auch noch. Oh Gott. Ah, scheiß Kackviech. Fick dich. So. Geht doch. Oh. Geht mal an. Munition für den Sniper. Sehr schön. Hä? Wer? Wer schießt das schon wieder auf mich? Und cool. So. Keine Fallen hier. Ne. Ich glaub, die sind jetzt alle deactivated worden von mir. Muss ich da lang? Ne. Ich muss hier lang, aber was soll ich denn hier machen? Hey. Irgendwie verstehe ich das gerade übelst nicht. Und hier? Oh. Munition. Oh, verdammt. Äh. So. Ja. Ich hab die Stelle gefunden, wohin man muss. Und zwar muss man hier einfach die Treppe runter gehen. Und dann bin ich jetzt schon aufgeflogen. Deine Mama. So. Die sind auf jeden Fall alle hin. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Oh. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Naja. Ich würde sagen. Alles weitere in der nächsten Folge. Mehr trinken.